Als nächstes die von Vince? Oder von Wyrt? Machen wir die von Vince? Ich zock das heute durch. Es ist geil. Es fängt ja gut an. Prince of Persia style, Wallchamp, komm schon. Oh, fuck. Später hätte ich die Waffe bestimmt noch gebraucht oder sowas. Wie schnell die Polizei doch ist. Ah, guck mal da. Just like Lee. Zwei Tage erst. Wegen der Apokalypse. Was ist dein Problem, Mann? Oh, relax. Was ist das? Was ist das, Mann? Was? Du kennst es. Cut es raus. Jesus, ihr guys. Du wirst mich machen? Ja. Hey, Vince. Justin wird mich machen. Es ist zu heiß für diese Scheiße. Vince, ich mache ihn heiß jetzt. Settel down, assholes. Er hat es angefangen. Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, 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 ho. Schon klar. Alter. Wir sind alle im gleichen Boot hier. Was ist der Punkt, zu diskutieren? Der Punkt ist, ich bin nicht so. Mein Läuer wird so hören. Ich werde euch sagen, Leute, ich bin nicht Angst, zu sagen. Ich werde vielleicht meinen Freundin missen. Ich glaube, sie ist ziemlich pustig. Du wirst da hin, Mann? Du wirst mir mit sprechen? Ja, genau. Wer weiß. Hatter denn hell up in here. Ich bin dehydraten. Hey, wie geht's Wasser hier? Shut up back there! Ich dachte, du hast den Stand gelegt. Didn't du verlieren und sagen, du wirst du nicht wissen, was du warst? Ich lief. Turns out, ich bin gut an das. Du lief auf dem Stand? See, das ist das kind of shit ich nie kann. Religiös? Nein, Mann. Watchtet viele Cop-Shows? Nein. Was, dann? Das ist einfach nicht richtig. Oh, gib me a break. Es ist ein schweres Telefon. Warum? Mach mehr Zeit als du musst. Du musst bleiben, Mann. Says der Kriminell. You wanna know the funny thing? Ich nie regrette any of it. Ich habe meine victims für Jahre. Sie wussten, was sie waren. Und jetzt hier bin ich. Und da sind sie. Wall Street assholes, die gleichen Zahlen, die gleiche Schmerzen auf TV. Fuck. Das. Wie funktioniert alles? Wie funktioniert alles? Ich habe es, warte. Wie funktioniert alles. Wie funktioniert alles? Wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Ich habees nachzudenken. Wie ein paar Hunderten Kilometer? A Little over 100 Millionen. Gott. Dann. Wenn wir hier rauskommen sind, du, ich und Vince, wir müssen in den Business gehen, weißt du was? Ich weiß nicht, ich weiß eigentlich nichts über dich, Vince. Vielleicht ist er ein Priester. Ja, Vater Vincent. Aber er hat ein Kind geholfen. Ich helfe meinen kleinen Bruder. Sie senden dich in die Präsen für das jetzt? Er hatte Probleme. Ich musste ihn helfen. Ja. Ich wusste, dass es etwas dumm ist. Du schweißt es, Mann? Wenn du sagen, was ich denke, du bist, dann habe ich mich für dich, Mann. Ich habe mich nicht schweißt es. Manchmal, du musst die schwersten Dinge machen. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ich habe dich in den Trash. Und? Ein stücker Hund hat die Flasche über den nächsten Tag. Der Kind hat es gefunden und er hat es in. Ihr habt ein Kind sehen. Mann, du bist schlecht, Vince. Schöne Glück, Vince. Das ist nicht schlecht. Was denkst du, Justin? Was du machen willst? Was du machen willst? Fuck dich. Fuck mich? Fuck dich, motherfucker. Oh, Jesus Christ. What the hell is going on? Crabtree, mach es auf! Hey, get in da, Mann. Sit down, Goddammit. Hey, lass ihn weg, Mann. Damn it, Crabtree. Don't let me come back. He's gonna' kill him, Vince. Lasst die Guarden das, Leute. Fuck das. Wir müssen da in da. Du hast Angst. He's gonna' kill that boy. Fuck, dude. I don't think he'll die. I don't think he'll die. You know this ain't right. I'm not doing any more time to save some stupid asshole. Help him, Danny. What's that? Speak up, boy. I can't hear you. Fuckin' train's too short. Crabtree, I'm warning you one last time, Goddammit. He's gonna' get in there. He needs to' something, Mann. Wake that shit up, Mann. Come on, boy. Get back there. Okay, asshole. Let him go. Let him go. Let him go. Let him go, Goddammit. He's gonna' kill that boy. Fuck you. Let him go, Goddammit. Krasse Scheiße. Fuck. Jesus. What happened? What did you do, boy? Goddammit, boy. Answer me back there. That guy's still alive. Get those cuffs off him, man. Da hat'n' erwürgt. What the hell was that? He made a move on me. I don't know. The asshole had it coming. How did he have this coming? So wie das musste sein. You gotta' call someone, man. What? I'm calling this in. Don't. Don't call it in here. Just, just wait, okay? Just give me a damn minute. He might still be alive. Call a damn ambulance, man. I just need a minute. I need a minute to think. You ain't got a minute. Shut up, you hear me? Just shut your mouth. Okay, okay, calm down. Take it easy. Everybody needs to calm the fuck down. The situation's bad enough as it is. He's right. Let's all just take it down a notch, okay? You really wanna' pull that trigger again, son? Will er nicht. Thanks, man. What the fuck? Did you see that? Und es fängt im Bus auch an, weil da einer erwürgt wurde und wir wissen, alle sind infiziert. Hey, you gotta get us the hell out of here. You're not going anywhere. Fuck that. Get this bus moving. Hey, driver, let's go, man. We stay right here. We're safe inside the bus. We're safe inside the bus. Let's go, holy shit. Jesus. Oh my god. Hey. 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 You need to call someone. You hear me? We need to... Did he just pay a lot of us? Jesus. Was, warum der denn? Wir sind alleingekettet. Ah, der ist auch ein... Oh, Gott sei Dank. You sure about that? Der ain't gonna' get it. Der kann sich sein Bein rausreißen. Oh shit. What are we doing, guys? Das ist dem Scheiß egal. Hey, we gotta do something. I'm trying to think. Find a weapon. What kind of weapon? Where's the guard's gun? Yeah. A gun? Good thinking, trust him. Where the fuck is it? I think he fell on it. He's underneath. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Come, 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 come. Get the gun, man. Get up, Pins. Hurry up. Ah, fuck. I can't hold this. Schnell. Shut this asshole, Vince. I'll do it. Und jetzt die Schlüssel von der Wache. Oh, watch it, man. Sorry. Sorry. Man, I can't believe this shit. Can you believe this shit, man? No. We gotta find some way to get out of here. What are you doing? Can't do anything until we get out of these damn chains. Maybe he's got the keys on him. Alter, das ist krass. Ich liebe dieses DLC, es ist Wahnsinn. Oh, fuck. Es lügt aber nur noch mehr an. Schusssicheres Glas. Hatte ich gerade eben vor. Well, what do you think's gonna happen if we don't get the fuck out of here? Vince, give me the gun. We gotta do this. Back off. Vince, what the fuck? I'm sorry, man. Fuck you. Do it. Hurry. Justin's just gonna slow you down. Ich wollte aber eigentlich scheiße. Kacke. Ich wollte eigentlich Stenny decken. Ach, Kacke. Ja, scheiß drauf. War's das? Tatsache. Das war die Geschichte von Vince. Was passiert denn, wenn alle weg sind? Kommen wir nun zu... Jod! War das nicht eben der Gefängnismusbus? God, this is so fucked! Why the hell did you shoot that guy, man? What the hell was that? I didn't mean to do it. It just happened, okay? Where the fuck were you with a warning? You're putting that on me now? I didn't see the guy either. I was too worried those dudes were gonna pull guns on us. Shit! Dude, they catch up to us. Who gives a shit? Just... Fuck! Hurry up, Randy! Here, man. Shoot. Get him, man! Jesus, man. Ist das... Das ist doch... Genau, das ist doch Nate! Holy shit, man. Did you get him? Are they back there? Der mit Russell unterwegs war. Are they there or not? Come on! I don't see anything. Are you sure? Those guys wouldn't just give up. Der kommt von der Seite. Bestimmt. Here, here. I'll turn off. Aber der ist doch auch da. Hmm. Das ist nicht so rale, was wir da gerade machen. Und weder laufen wir in den rein oder in... Eine Zombie-Horde. Aber die hören so rale, man. I feel that look on me, man. I'm not peeing an asshole. I'm being smart. No lights, no... You know, they can't see us. Aber die hören so auf. Christ, I don't taste blood in my mouth. I don't think it's mine. I can't see a damn thing out here, man. I'm just... Shit, this is so fucked. Crashing into a cow ain't gonna help anything, man. Oh shit! I should watch out for cows. Cows! Why didn't I think of that? When's the last time you saw a cow, dude? Okay. Bad example. But you could still hit something, man. God, did you believe we're in this shit? Don't barf just yet, okay? Please? This road is really straight. We'll be fine. At least slow down. What? Fuck no! Did you see that one guy's eyes, man? He's fucking gorked. I don't want that guy in my life, Wyatt. God, how did that go so wrong? Is that some kind of digging me? No, man. I'm just saying. It's like... I just... Why didn't they say anything? Guy's taking his shit over there. That's all they had to say. Did you mean to pull the trigger? I don't know. I was so keyed up. I just... Damn it. Look, Wyatt. All I know is those guys had me all... jacked up. Like I was on speed or something. I was just on edge, you know? I was like watching that guy's brains come out of the back of his head. Sorry, man. I... Don't sweat, man. Das Original-Spiel The Walking Dead gibt's jetzt auch für Playstation und Xbox, glaube ich, und für PC auch zu kaufen. Sogar mit deutschen Untertiteln, glaube ich. Zumindest kann man sich da was patchen. So wie ich das mitbekommen hab. Ist aber, glaube ich, entweder nur ein Fan-Patch oder... ...ich weiß es aber nicht so genau. Das ist so, wie wir uns aus diesem Focken rauskommen. War das ein Pun? Nein. Wann hast du angefangen, die Puns zu machen? Ich sagte, nein, Idiot. Ich weiß. Okay, lass uns sagen, wer ist aus dir gekommen. Wir sehen, ob es noch nicht in den Glove-Bucks drin ist. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Mann, das ist in da. Schmerzen. Ich weiß nicht. Was ich sehe, ist die Arme, die du hast vorhin verletzt. Oh mein Gott, wirklich? Aber ist es da so einfach eine We? Ich weiß nicht. Du kennst, du kennst, ich war mit einer Frau, die Abgel. Ich weiß nicht, sie hat mich gefragt. Ich weiß nicht, wie sie es war. Ich weiß nicht. Die Ingeleitung ist wahrscheinlich eher wichtig in den Augen, danke. Oh fuck! Okay. Weird, but okay. Shit! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Holy shit dude! Holy shit! Did you get a look? I think that was a guy! Wyatt. Come on man, say something! Polizei oder nicht? What the? The fucking fuck! This night is so fucked man! I don't know. It's too fast man! Man don't say that! You have to know! Dude you have to! Let's see if there's anything around the corner. You know anything that'll like tell us one way or the other. That way we can just book. But I'm not leaving if we hit a human being man. I'm just not. He is totally finished. He just shot him and now he overfährt the next one. Man don't roll it down broken. I can't see through the cracks. Look, it's fine. See? Dude, what's that on the broken side mirror? It's part of his shirt I think. Yeah, but plenty of dead guys have shirts on. Keep looking. You think that blood on the windshield is fresh? Is that blood fresh to you? Yeah, but it's kind of dark. Yeah. Damn. What's that way out in the road? Is that the mirror from the car? Can't tell from here. Man, I'm really not seeing anything. Stop messing around. We need to know what's going on, okay? That's not gonna help. Okay, okay. Jeez. Look. Wyatt. It was a guy. Are you sure? Yes. How sure? Pretty fucking sure. Don't pay for sex drunk sure. Oh. So what do we do? What do you mean what do we do? We go out there. Go out there and what? Find the guy and help him. Who the hell are you tonight? If it's a guy. It's a guy. I saw him. Come on, man. This is stupid. We go out there. We check it out. We get moving. You go if you want. Want? Why would I want to? I just... We just have to. That's all there is to it. I just have to. Okay. Well. Shit. Okay. Fear. We'll rock, paper, scissors for it. No. Are you fucking serious? No. Come on. Sitting here is making me nervous. No way, man. You're nuts. I'm clear as shit, Wyatt. This is the only way it's fair. Fair? How is this fair? You shot that guy back there. You hit that thing in the road. None of that shit is my fault. All right. I'll go. That's okay. That makes sense. Okay. Just go out there. Take a look. And just shut up. Let's do this. Loser goes? Sounds good. All right. Two out of three, right? No. Sure. One, two, three, go. Shit. Yeah. Ich hab's eben drauf. Shit. All right. Telltale macht hier verdammt gute Arbeit, wie sie einfach diesen... Menschen irgendwie... Huh? 40 years old. This is my speed. Here. In case we need to get out of here, quick. Way to go, idiot. Hey Wyatt, ich habe Pate, als ich ein Kind warst. Woher geht's? Das ist die größte Hoopie in der Welt. Turned out to see. Ich höre da nichts Gutes. Oh f**k. Alter! Alter, 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 alter! Ah, son of a bitch! Ja, was hätte ich denn sonst tun sollen? Eddie war einfach nicht mehr da! Das war's, oder? Ja. Alles gut. Wir haben richtig, es sind survivors hier. Sie sind noch immer wieder, sie werden glücklich zu retten. So how many are we talking about? Around five, I think. They left a note, so at least we know they want to be found. And I can see smoke in the distance. Probably a can. I'm going to try to make contact tonight. Great. Well, just be careful and use your best judgment. We're building a good community here. We want to keep it that way. Of course. We're building a good community here. We're living in 400 days in the garbage. And there are survivors. I found him. Holy shit! Good job! Everything okay? So far so good. I'm going to try to talk to him. Wish me luck. Yeah, good luck. Be careful. Don't try to force them into anything. Just get as many of them as you can. You got it. Hey! Don't shoot! Alle Überlebende. Don't fucking move! Who the fuck are you? My name is Tavia. How did you find us? I found your note. I found your note. I'm a scout for a growing settlement up north. I'm a scout for a growing settlement up north. I'm going out and look for survivors to rescue them. We have food, clean water, and shelter for everyone. We're offering you a chance to help us out and start over. God, this sounds too good to be true, but I think it is. Bunny, get real. Just because she says it's true doesn't mean it is. You should know about that. At least what I did was an accident. Hey, that's enough! I heard rumors about these places. This guy I was traveling with ditched me trying to find one on his own. He thought, you know what? Let's do this. She looks well fed, right? And clean? We could all use a meal and a hot shower. Wait, you find survivors? Do you find a lot? Not as many anymore, but... Well, we gotta go. Eddie might be there. Wyatt. Look, we need people. Plain and simple. You folks can decide if you want to come as a group, or split up, or whatever. But I don't want to be out here in the open after dark. So in a few minutes, I'm going to be getting back in my car and on my way. Hopefully at least some of you will follow me. Chell, why are we even listening to her? She's obviously lying. Halt du deine scheiß Fresse. I think it's better to just keep on the move. Staying in one place makes you an easy target. Genau. I don't care how safe you think it is. A truck stop was a death trap. It was right off the highway for God's sake. No way you and a bunch of sick old people were going to die. I don't like this, guys. We should just walk away. I don't trust her. Of course you don't, Russell. You don't trust anyone. Then stay here if you want. I'm not bringing anyone against their will. We only want people who want to be there. I don't understand what the problem is. Are you really considering staying out here? Foraging for food like fucking raccoons? I mean, then why did we even leave the photos there? Well, it could be a trap. What if they want to kill us? Thank you. Everyone out there is batshit crazy. We've all seen it. Well, we turned out all right, didn't we? You clearly outnumbered me. If you wanted to overpower me, you could. Hell, I'll even go along as your hostage until you feel safe. No one is going to hurt you. That's not a bad idea, actually. And I'll do it. Because I know when you guys see this place, you'll change your minds. Look, I know you guys are wary. And you have every right to be. You don't know me from a hole in the ground. And yeah, there are some crazy fuckers out there. All I'm here to do is make an offer. You can come with me, or you can stay here. The choice is yours. So, who wants to come with me? Come on. Ach, you. You're a mess. Yeah, cool. Wyatt is cool. I'm just not sure. We've been out here for so long and seen so much bullshit. And is it really worth getting our hopes up? Of course it is, Russell. Hope is all we've got left. But being smart, that's what's keeping us alive. It's a safe place for everyone. Criminal activity isn't tolerated within our walls, period. You don't have to worry about Bandits, Woodbury's. We look out for each other. Is that clear? Yeah, it's clear. I don't know. I don't know. I believe it's a safe place for you. I don't know anything about it. I don't know anything about it. I don't know, Tom. This is your only chance. We're not going to be out this way again for a long time. We understand. I think we've all made up our minds. Well, I guess we have our group. What do you want to do with these? Bad memories. This is a good thing. I know it is. How do we know this will work out? I give you my word. Genial. Genial. Danny or Justin? Yeah, I actually wanted Danny to take. Also, Justin's foot to hit, because I thought, it's all right. I'm sorry. Stay or go? Did you stay in the car or get out? You and 15. That was by Wyatt. Yeah, good. That's it, right? Left Nate. Did you leave Nate or stay with him? Yeah. Left Nate. Did you lie to Leland? Also, haben wir Leland angelogen, indem wir gesagt haben, ja, ich hab sie schon so gefunden. 75% der Spieler haben es getan. Leland war ja auch weg, genauso wie Justin, der war auch weg. Nate hatte mit Wyatt und Eddie Probleme. Did you leave in, kill Stephanie, did you leave in the RV or kill Stephanie? You and 15 to 25% of players kill Stephanie. Yeah. 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 Vielleicht mach ich das nochmal anders, äh, ich weiß jetzt auch nicht, ob das in der zweiten Staffel, also die zweite Staffel von dem Spiel The Walking Dead kommt ja auf jeden Fall im Herbst raus. Ich werd's natürlich jetzt playen. Okay, wir haben also die drei für uns gewonnen und zwei sind dort geblieben, also beziehungsweise drei, denn Shell blieb ja mit ihrer Schwester im Camp. Das heißt, wir haben drei Neuverbündeten mit Tavia. Das heißt, wir sind jetzt vier Neuüberlebende, oder beziehungsweise drei Neuüberlebende und Tavia bringt die in die Stadt, oder was auch immer das ist, wo's sicher ist. Ob's Woodbury ist, keine Ahnung. Äh, ich will jetzt nichts von der dritten Staffel The Walking Dead spoilern, die ja bald auf DVD rauskommt und schon auf Fox lief. Deswegen, ne, bleib ich da still, aber die Leute, die wissen, um was es geht, wissen auch, was Woodbury ist und was da abgeht. Ähm, und ja, ich bin gespannt, wie's weitergeht, wie, also, auf jeden Fall werden diese Charaktere in der zweiten Staffel, dabei sein, ich bin gespannt, wie's mit Clementine weitergeht und ob's überhaupt weitergeht, weil nach der ersten Staffel haben wir ja gesehen, das Ende, Clementine sitzt dort und sieht zwei Personen und die zwei Personen sehen Clementine auch. Und dann war Ende. Und das war also das DLC The Walking Dead 400 Days. Das ist verdammt genial gewesen. Ein kurzes DLC, ja, aber ein verdammt geniales. Äh, ich fand diese, diese Referenzen zu, eben zu der ersten, ähm, Staffel, wo wir zum Beispiel Kali gesehen haben, ähm, oder auch, wie sich, die Sache mit Vernon, ja, dass das aufgeklärt wurde, Wahnsinn. Ich hab's jetzt nicht nach der Reihenfolge gespielt, wie das, äh, erschienen ist mit den Zetteln, sondern ich hab da einfach mal wild rumgeklippt. Ähm, das DLC gibt's zum Download auf der Telltale-Seite und über Steam. Ah, da ist der Polizist mit dem Schraubenzieher, ähm, das ist der, den, den Typen da erschossen hat, wo Bonny dann, äh, den Schraubenzieher ins, äh, Gesicht getreten hat. Genial. Die ältere Frau, die ja von Nate erschossen wurde, mit ihr, mit ihr Mann. Das ist wohl Justin, ne, Eddie, Eddie ist geflohen, Eddie konnte fliehen, mit seinem Bein, wurde aber wahrscheinlich von den Zombies gefasst, von den Walkern. Tut mir echt leid, ich wollte das eigentlich anders machen. Und Eddie, der geflohene Polizist war das, aus dem, aus dem Polizeibus, und, er, konnte, konnte er von Nate fliehen? Das ist fraglich. Oh Mann, ich, Eddie, scheiße, ey, ich wollte ihn eigentlich nicht zurücklassen. Naja. Nun ja, das war The Walking Dead, das DLC 400 Days. Wir sehen uns dann das nächste Mal bei The Walking Dead, wenn dann die zweite Staffel erschienen ist. Ich setz mich jetzt gleich an die Ränderarbeiten, da bekommt ihr auch schon die erste Folge, beziehungsweise, wenn ihr das seht, ist die erste Folge schon längst oben gewesen. Aber das war The Walking Dead 400 Days. Es hat einen riesen Spaß gemacht, dieses Spiel zu spielen. Es war wahnsinnig genial. 400 Days. Ein geniales Spiel. Alles, was rund um diesen Dainai da passiert ist. Alles hat mit diesem Dainai zusammengehangen und, äh, das Ende und, ah, wow, es war, oh. Mmh, genial. Wirklich. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Deswegen vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. 400 Days ist ein genialer Walking Dead-Teil. Also als DLC wirklich würdig und eine richtig nette Aufmachung zur ersten Staffel, weil das hier gehört ja noch zur ersten Staffel. Und, äh, ja, wir sehen uns dann, wenn die zweite Staffel von The Walking Dead beginnt. Und ich hoffe, da seid ihr dann wieder dabei, wenn die Toten anfangen, wieder uns zu verfolgen. Sehr spannend, sehr spannende Geschichten. Wieder genial von Telltale eingefädelt, wie sie das gemacht haben. Sie haben den Charakteren wirklich richtiges Leben einverleibt. Man konnte wirklich mitfühlen. Das war ja, das war ja damals schon im, damals schon, damals, ja. Das war ja schon im Let's Play so, äh, von der ersten Staffel, dass man da richtig mitfühlen konnte. Und es war, es war richtig schön. Ein richtig schönes Spiel. Und 400 Days macht da nichts anders, macht da nichts falsch. Es ist genau dasselbe. Und, aber das ist nicht schlimm, dass es genau dasselbe ist. Es ist von der Story her genial. Das Gameplay ist genial. Man hat einfach teilweise diese Entscheidungsszenen wieder. Es ist wunderbar. Also Telltale macht hier alles richtig. Und es ist wunderschön, ein solches Spiel zu spielen. Ich hab jetzt genug die Spielfolge schleimt. Also es ist Wahnsinn, ey. Holt es euch, wirklich. Es lohnt sich wirklich, dieses Spiel zu kaufen und zu spielen. So, wie lang hat das jetzt gedauert? Ungefähr eineinhalb Stunden, knapp zwei. Ja, das ist eigentlich so die Standardlänge von einem DLC, würde man so sagen. DLC, Downloadable Content. Also Wahnsinn, doch. Hat mir sehr gut gefallen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn ihr Lust habt, bei The Walking Dead, der zweiten Staffel. Oder bei einem anderen Let's Play. Schaut vorbei. Haut rein. Und Tüdelü. Und wir sehen uns dann wieder, wenn ihr Lust habt, bei der zweiten Staffel, 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 bei der zweiten Staffel.